Hier ist noch einer. Ja jetzt kommen sie langsam wieder. I can see you. Hier bei mir ist ein Lurch. Oh, der rennt los, der rennt in deine Richtung. Yeah! Hier ist er, hier. Hier, hier, hier. Da läuft ein Häschen. Ey, der rennt wieder los. Wie das aussieht. Da, bei dir, da, nein! Da, jetzt schnell! Nein, so nicht. Nein! Noch. Keine Energie mehr. Du musst nach unten gucken und schlagen. Gummier. Boah! Yeah. Direkt das Fleisch mitnehmen. Super. Ah, hier haben wir noch einen. Na. Kleiner. Richte dich doch eh, mein Freund. So nicht. Ja, genau so. Da ist noch einer. Hier. Hier, hier, hier. Oh Gott, da ist ein Opa Lurch. Ja. Von wegen. Verarscht. Oh, da ist noch einer. Vor dir. Nein, nach unten gucken. Oh, toll, die verkriechen sich in den Steinen. Aha. Hier ist er. Hier ist der Schwanz auf jeden Fall. Oh, da. Maa, ey. Wo ist denn der jetzt hin? Bam! Ah, alles klar. Ja. So nicht, mein Freund. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Okay. Halt zumindest gleich erstmal wieder. Fläche und Rüstung. Och. Ist aber manchmal so eklig hängen bleibt in den Felsen und. Ja, hab ich schon genug. Wie viel Rüstung hast du jetzt? Äh, hat er. Mal gucken, dass du auch ein bisschen Ersatzrüstung hast am besten. Wo? Oh. Ich brauche noch. So, erstmal voll. Ich brauche, ich muss mir erstmal hier irgendwas. Äh, ist unser Lager in der Nähe gewesen? Ja, da. Okay, müssen wir erstmal gleich was zu Futternden machen. Hast du dich jetzt auch schon ausgerüstet? Also ich habe jetzt erstmal Rüstung, ja. Hast du die schon angelegt, meine ich? Ja. Ja, weil... Achso. Weil ich das Geräusch gar nicht gehört habe bei mir. Äh? Okay. Weil du kannst ja nur fünf davon tragen immer. You are covered in blood. Ich geh mir erstmal waschen. Waschen! Waschen! Loooooooch! So, ich habe wieder... Also... Ich bin jetzt wieder voll... Hast du Bock auf eine Runde Tennis? Ne, danke. Wohin gehst du? Ich habe mich gewaschen. Achso. Ich habe mich gewaschen. Ihh. Du wäsch dich. Puller gewaschen. Boah. Ich vergesse manchmal, dass wir... Ja. Ich muss gleich Kaffee holen. Und dann können wir in die Höhle starten. Ja. Schaut mal das noch. Ja. Oh ja. Nein! 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 Meine Rüstung! Oh! Wieder die ganze Rüstung weg! Oh! Ich glaube ich spinn! Ja mit Feuer spielt man ja auch nicht. Jetzt habe ich wieder nur noch einen. Oh! Das gibt's doch nicht. Diese kranke Lache. Ja. Ach mann. Wollte da ein paar Lurche. Ach scheiße ey. Ich habe keine Ahnung. Er ist auf die Bank. Als Satzspieler. Ah. Lurche 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 Lur Ich habe Medizin gecraftet. Bam. Okay. Oh. Am Schildis. Zeitbomber. So, erstmal hinsetzen. Erstmal bene lang, Fernseher an. So, dann gehe ich mal ganz schnell ein Käffchen holen, in der Zeit, wo der sich auch füllt. Mach, hab ich wieder so eine doofe Fackel gemacht. Oh man. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Wie machen wir denn einen Bogen? Das? Ah. Oh. Okay, einen Bogen haben wir schon mal. Das fehlen aber eigentlich noch. Hallo YouTube. Hallo Vanessa. Was ist denn, wenn ich jetzt das? Ah. Nom 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 nom. So. Mach mal an, ihr Lieben. Dingens. Äh. Ach. Keine Ahnung. Wieso, was ist denn los? Ich will wissen, wie ich... Ich hab einen Bogen gemacht. Oh. Ich weiß jetzt nicht, wie man Pfeile macht. Achso. Oh. Hallo. 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 Das war so angerannt. Ich kanns mal versuchen, das Flagerfeuer...? Ach, ist das schon an? Ja, aber das ist... Kriegt das zwar an, aber das bleibt nicht an, wenn da bei mir. So, ich bin auf jeden Fall erst mal wieder voll. Da komm ich noch mal ebenhen, Los. Los, los, los. Wenn das ein paar Ersatz Dinger sind. Bevor wir uns da runter begeben... Mhm. génial Das ist für Democrat, zu sagen. Und die Lurcher wieder alle weg. Außer die Leichen. Vielleicht die andere Seite. Wollt mir eh wieder die Axt holen. Die Axt. Die Axt. Hallo Lurcher. Lurcher. Da ist einer. Und da ist noch einer. Ganz klar. Oh, drei sogar. Bleib stehen. Richtig sowieso. Nein. Oh, das war One-Hit bei dem Reh gerade. Ja, und bei mir sterben die ja irgendwie komischerweise nicht. Ich versuche jetzt das Lurch-Fleisch mitzunehmen. Oh, ne. Da ist noch Lurch. So. Also ich bin ausgerüstet und ich habe wieder fünf. Alles klar. Also hier sind jetzt wieder Lurcher auf der. Wo wir gerade die ganze Zeit. Okay. Ähm. Dann gehe ich mal Richtung Marker, den du da gesetzt hast. Ja, warte. Ich muss noch eben essen. Und dann komme ich auch in die Richtung. Alles klar. Wenn ich das Feuer ankriege. Achso. Also bei mir war es noch gerade an. Achja, bei mir ist es auch noch an. Gut. Soll nicht wieder in das Feuer reingehen. Tja, gar nicht so weit entfernt von unserem... Ne. Deswegen sag ich ja auch irgendwas. Es ist ja jetzt eigentlich auch scheißegal, ob das draußen hell oder dunkel ist. Wenn wir in der Höhle sind, ist es sowieso dunkel. Ja, aber ich hätte vielleicht nochmal speichern sollen wir zwar. Oh, ja. Ah, ich komme auch nochmal. Ja, ja, ja. Speichern ist eine sehr gute Idee. Speichern! Gespeichert! Hallo Re! Oh, ich höre unsere Freunde. Okay. Na, wo bleibt denn der Pulli? Ja, ich war schon etwas gelaufen. Was haben wir denn hier? Hallo ich! Ne, was bist du? Ein Waschbär. Boah, war ich denn so weit weg wieder? Vom Lager. Lager, ja. Hallo? Attacke! Wurrrr! Brrra, 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 brrra. So. Nicht ins Feuer gehen. Ne. Dann speichern und du hast ja auch noch hier so eine Snack-Riegel und so, ne? Ja, ich habe wieder alles. Voll. Cool. Gut. Guck mal, am Bogen. Yeah. Noch keine Pfeiler. Ah, wie cool ist das denn? Jetzt brauche ich nur noch Pfeiler. Ja. Äh, hat dir jetzt mein Spiel aufgehangen? Ach nee, oder? Wieso speicherst du denn da drin? Achso, ja, keine Ahnung. Aber trotzdem bei mir grad Standbild. Okay. Äh, ja, und hier passiert grad nichts mehr. Ja, du läufst auch auf der Stelle. Kann man keine Pfeiler drücken? Ach nee, äh, dann würde ich sagen, starte nochmal neu. Was doof ist, dann ist der Server wieder weg, ne? Dann müssen wir beide zusammen neu starten. Ah, ja, alt F hier. Ich hoffe, der hat jetzt aber noch gespeichert, ey.